ja hallo petersen hier wir hatten vor langer zeit schon mal gesprochen und ja vor langer zeit bevor ich auf den handbetrieb gewechselt bin da wollte ich ja mal nachfragen wann sie endlich mal wieder geöffnet haben haben sie mir ja genau da haben sie mir gesagt zu weihnachten das ist heute machen sie ja mal wieder auf dass das nicht ganz klappt habe ich heute nacht auch gemerkt ich versuche ja auch ja ich versuche ja auch ganz oft bei ihnen nachts einzubrechen aber irgendwie irgendwie ist das so gut alarm gesichert das funktioniert gar nicht wie sie müssen noch renoviert sie haben seit zwei monaten geschlossen das ist ihnen klar wie lange soll ich da noch warten aber ich meine das kann ich das kann ja nicht sein ich meine ich habe auch schon schmerzen in der hand also dieser handbetrieb gibt mir auch da geht mir auch einfach auf die nerven und sie haben mir gesagt zu weihnachten wird sich alles ändern fester liebe und dann machen wir mal wieder auf und jetzt renovieren sie ja nee also damit bin ich ja dann lasst uns einfach verbleiben ja dann suche ich mir eine vertretung alles klar ich danke ihnen ja